Ich möchte eine Einleitung von einem Verzorher von Free. Äh... Jetzt hier... und so... Ah, Troll Game wieder. Oooooooooooooooooh... Ich hab... Oooooooooooooooooh... Ja... Vier gegen vier, diesmal nur weil keine zweiten... zweiten, fünfte Männer gefunden wurde. Mutchina zu Rausch schon wieder übel hart. Als ob ich jetzt wieder Rausch. Schon die ganze Zeit, aber mir fällt's gerade so richtig auf. Ja, das stimmt. Aber ist egal. Siehste, siehste, siehste? Ist das besser? Nein! What the fuck? Ja, bist du reinpusten, weißt du? Da hast du bestimmt schon... Ich hab nicht reingepustet, ich hab's bloß ganz kurz ganz hoch gestellt und wieder runter. Und das macht so'n Krach? Ja. Hat das Krach gemacht? Hier? Macht das Krach? Alter, besorg dir mal ein richtiges Handset und nicht so'n 10-Euro-Gammel-Ding. So, in Person, ne? Meins übersteuert hier mega leicht. Und schnert es grad überlaut. Wollen wir? Oh, besser. Besser. Noch ein Stück leiser, dann hören wir dich nicht mehr, dann ist es perfekt. Nein. Ist schon ein Käse. Wen hab ich nur unten? Maukay GP. Oder Maukay K6. Boah, Shinaz, bitte sag mir nicht, dass du so'n Typ ist, der immer trollen. Der immer pullen will. Was? Doch. Was soll ich pullen? Ähm, den Blue, weißt du? Nein, die Wölfe. Der brüllt schon Wölfe. Master. Ja, ich hoffe aber nicht, dass ich eins gegen zwei kämpfen muss. Jetzt mich lassen lassen. Geh mit dir. Geh mit dir. Da, geh mit dir. Okay, okay, okay. Aber gegen Kata? Ja. Du hast doch nur Angst, Feigling. Ja, ich kann auch mit dir gehen. Ne lieber nicht. Da bekomm ich übrigens ein paar Ganks mal ab. Okay, Maufer ist unten. Und wer noch? Free, gank doch mal! Äh, du mich auch! Ey, ne Kata, ist nicht. Warum ist hier nur einer? Ich weiß echt nicht, ob der alleine ist oder nicht. Da, der hinten ist der GP. Okay, mach mal aus, Richard. Ja, das ist überhaupt nicht OP-AD-Cutter, ne? Gar nicht. Nein. AD-Cutter ist richtig stark. Ich kann gleich Mitte ganken, ne? Ja. Jetzt schon mal den GP eingehauen. Oh mein Gott, ich muss nur Geister machen. Ich bin nicht Level 4. Äh, Level 3. Warum auch immer. Wokong, schaffst du's unten? Weiß ich noch nicht. Na gut. Oh, ich bin ziemlich low gegangen. Ich glaube, ich kann doch nicht Mitte ganken. Aber wie los? Oh doch, ich kann Mitte ganken. Der Tower-Head. Äh. Oh lol. Alter, so stark. Mach gar keinen Schaden, ne, gar nicht. Ja, der W ist halt das starke daran. Da war süß. Wollt mich. Ach komm, stopp doch. Was? Egal. Naja, Cutter-Ulti wird sie wahrscheinlich nicht ziehen können. Dann macht sie halt nur mit ihren W-Damage. Ich komm nochmal Mitte, ne? Ja. Ich komm nochmal Mitte, ne? Ach, fuck. Die hat gut reagiert. Was muss man hier lassen? Geist danach bin ich Broadlane. Haben die irgendeinen Jungle? Ach, die haben ja gar keinen Jungle, oder? Ja, eben. Was spiele ich denn dann so defensiv? Gute Frage. Hm. Aufm Weg, Broadline. Ja, ich glaub die Gang-Click ist grad zurück. Ne, doch nicht. Boah, die Gang gleich noch nicht drauf. Ja, die merken krass, dass du baitest. Ah, du war Flash. Ulti! Ja, hau mal unten. Nein. Ich werde die bestimmt nicht für dich verballern. Du hast ein Fehl. Ja. Kurz B. Okay. Ey, Skalit da 1-2-1 auf dem Arrow, wa? Ja. Ist aber aus Ansicht. Ne, aber dann Skalit doch nicht. Magic! Was denn dein Kill? Dark. Ja, wenn du es ja nicht schaffst zu gangen, dann muss ich sie selbst töten. Habe ich gar nicht mitbekommen. Iron, 40 Sekunden wieder ready. Ja. Ja, Schneeatz, du bist tot. Nein, das war Fail. Greedy. Dominant. Die Beber fehlt zu wenig Schaden, irgendwie. Krater SS. Okay. Die kommt hoch. Oh, fuck. Die ist hinter euch, ne? Die ist hinter euch, ne? Ich habe es gemerkt. Nice. Ich würde gerne einen Arrow ballern, aber die sprengt mir zu viel. Wir haben einen Dump, viel CC. Das müssen wir an unserem Team lassen. Ja, deinster, meinster, Soraka, Silence, Bukong hochhauen. Genau. Ja. Okay, die Cutter wird hier rollen, die ich echt nicht ziehen können. Pff. Er hat 0,2, er hätte keine AP, Ash. Dark OP, wa? Naja. Das geht zwar eigentlich hoch. Trotzdem im W, ne? Ja, klar. Mit irgendwas muss ich ja harassen. Mit der Ulti. Du musst ja Damage machen eher. Ja, mach, reicht die Ulti. Du könntest auch den E-Scan und dann super Farm-Mode gehen. Hm, mit Ash fast nicht gut. Das kassiert einfach mal so übel hart. Kommst du gleich nochmal Mitte ganken? Ja. Oder wir können Bot ganken dann. Äh, tut mir leid, aber ich brauche die Blues, ne? Irgendwie ist Leonard Jungle for Mana lastig. Ich bin grad aufm Weg mit, aber holt die wieder ab. Naja, dann kauf ich mir einfach ein Chalice. Zum Mana lastig ist Ash nicht. Ja, du musst die halt stunnen, dann. Oh mein Gott. Kriegst du eigentlich überhaupt was hin? Ja, sie hat sich geflasht, Mensch. Egal. Jetzt gleich Bot lane, ne? Ich mach Red und dann komm ich Bot. Obwohl... Ja, lass, lass mal. Ich helf dir. Red. Wir reden schon wieder so viel. Ja, ne? Ja. Oh ja. Kommt der bitte her. Boah, der Fail Flash. Der Fail Flash. Ja, schön SS gesagt. Danke. Schön dazu. Kein Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lebe. Oh mein Gott. Hast du Glück, dass es nur drei Ticks sind. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ge-Gang ist. Hä? Natürlich war ich dabei. Ja, die haben uns gegangt eher, Dark. Ja, keines ist nichts. Top ist gerade geworden. Ich bin auf dem Wegbord-Lane. Moment, ich muss kurz husten. Wird er da? 20 Minuten, du Depp! Hab ich nicht. Ich hab den Mute-Knopf nicht getroffen. Nein! Ninja-Gank? 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 Weiß nicht, was ein Ninja-Gank ist. Ich weiß nicht, was ein Ninja-Gank ist. Okay. Piss dich mal, ey, Cutter. Kannst du ein Ulti machen? Ja, ich war nicht in Range. Und ich war für generell nix in Range. Sorry. Ich krieg 10 Mana pro Sekunde wieder. Ja, da kannst du spammen. Oh, Pi. Ich glaub, ich kauf meine Mana-Mode. Ach, nee, geht ja gar nicht. Darf ich ja nicht. Die haben echt gewordert gehabt. Äh, kommst du mal her? Ja. Schön, dass wieder so ein SS kommt. Ja, toll. Ich dachte, der ist weggegangen. Was? Das KS musste sein. Ja, egal. Haben halt mehr Leute ein Assist. Ja. Du. Äh, Cutter SS. Mehr Gold insgesamt. Aber die musste back. Weil sie schon wieder kein Leben mehr hatte. Ich hasse den Gehverkehr. Wen hast du? Gang-Gank. Achso. Gang-Gil. Kann ich mir vorstellen. Es ist immer noch. Okay. Lass mal Enemy, äh, Blue holen. Blue! Bin dabei, wenn der hinter mir lang ist. Klar. Oh ja. Sekunde noch wieder mein Smite. Cutter, haben wir noch SS? Okay. Vielleicht ist sie sogar AFK. Ja, da ist sie wieder. Go, go. Oh fuck, Cutter kommt. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Ich komme einfach mal zu dir. Oh fuck. Wie soll das da weg? Holy crap, wer hat den Damage gemacht? Ja, beide. Ja, Cutter, Ulti. Ja, warum hast du sie nicht unterbrochen, Mensch? Oh fuck, hätte mir das ein Cutter. Das ist eine gute Frage. Ja, schön Double-Waffe geben. Ich hatte gar keinen Red. Die hat ja einen eigenen gemacht. Woher muss ich den Red nicht tun? Nein, nicht, da ich keinen Red hatte. Ulti-Red, die Cutter ist das. Scheint so, als hätte Carotop Probleme. Oh, ich liebe die Ökne. Ich muss mal kommen, gehen. Schnell. Ja, aber da auf den Weg gehen. Schieß, schieß Arrow, schieß. Na. Schieß Arrow. Ich muss treffen, bist du noch. Oh mein Gott. Wie immer Fail? Ja, alle flashen immer, wenn ich den Spell mache. Ja, dann warte doch, bis sie sich fertig geflasht haben. Sie flashen sich ja immer genau dann, wenn ich ihn mache. Scheiß Fail. Fail. Cutter ist, äh, ist, ja, ich bin halt zu unten. Ein bisschen am Arsch, würde ich sagen. Nee. Nee? Ach komm, pick this. Doch, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Caro ist tot. AD, Cutter, so OP. Ich dachte, du willst AD, Leona. Ja. Das ist doch 19 AD. Ja. Ja, was ist denn AD? Ich höre mir jetzt gleich Trinity Force. Und da an? Dann gehe ich wahrscheinlich um den Blutduster. Und da an? KDU. Und da an? Weiß ich noch nicht genau. Und da an? Alter. Es ist. Da ist er wieder. Ah, sie hat kein Tappelwaffe mehr. Kann ich angreifen. Ja, heil dich halt noch mehr. Heil dich halt noch mehr. Oh, komm. Lol. Das Error. Wir können die killen. Na ja, ich habe leider kein Error mehr. Das ist scheiße. Wir können die trotzdem killen. Na dann. Jetzt auf jeden Fall. Komm, jetzt geht die aber noch. Jetzt komm, kill den. Ja. Ja. Enemy double kill. Ja, AD Cutter wird uns trotzdem zerstören. Das ist immer okay. Das ist... Ich bin auch frei, aber manchmal ist er weg. Error ready. Na ja, wird nie locker geklärt. Hätte ich mir da auch nicht gefällt. Cutter fehlt. Immer noch. Alter, jetzt ist der Morker so tanky. Ich komme gerade Bot-Lane, ne? Ja, der Typ holst jetzt erst erschienen. Wie böse ist das denn? Alter, das ist lang. Wie lange der gestunnt ist, ja. Nice. Lass da Bot pushen, oder? Oder willst du behalten? Ja, lass den Tau machen. Push. Your team has destroyed a turret. Der in Blue? Wollt gerade aussagen. Ne, wolltest du es nicht. Das ist ein Cutter. Da ist ein Cutter. Das ist Cutter. Wer will? Ich. Du darfst Drake machen, oder? Ja, komm, schneller. Cutter ist es. Da trifft mein Objektum, ja. Ich kann gerade nicht. Weißt du, was du gerade tun? Ja, gleich. Seine Eltern nach und wieder. Weg, weg, weg! Oh, wir sind zu tausend. Oh, nice. Ich bin dazu. Hey, warum ist mein Spoon jetzt nicht? Oh. Vorsicht, Cutter! Oh, fuck. Rem! Warum rannst du nicht? Ja, wohin? Ja, weg von der Cutter. Ja, da war der Gangplank. Na und? Das ist ein AP-Gangplank. Ja, der macht trotzdem Damage. Der hat einen Sheen. Achso, warum wir nur rumheulen, dass wir einen Sheen benutzen, oder Diana? Die sind die Besten. Oh, fuck. Ich bin tot. Ich bin scheiß zusammen. Alter, die Ulti. Komm, Sunny. Ah, fuck. Okay, warum stackt der Scheiß-Klon eigentlich nicht 100% mit AP? Weil er wahrscheinlich ganz viel Damage macht. Das ist doch voll kacke. Der macht jetzt plus 150, wenn ich 240 AP habe. Okay. jetzt hat die Frage, schafft es Caro im Late-Game zu carry? wohl ähnliches. Ja, die hat eine Träne. Okay, P in der Mitte. Und gerade da oben. Oh, fuck. Nice. Aber die Sout. Wir haben halt nichts, was Damage macht. Das ist shit. Alter, der Typ macht viel Damage. Ja, aber der Mist, ich komme mir auch in Schienen. Einfach so, weil ich spamm. Nein. Ja. Komm, komm, komm. Scheiße. Oh mein Gott, hat der gelockt. Kommt, Laro. Gangplank kommt mir entgegen. Gangplank, gangplank. Was? Wie hast du den gekillt? Mein Arrow. Warum sehe ich sowas nicht? Ich habe doch gesagt, mein Arrow kommt. Weg, 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 aus der Ulti. Das hast du nicht gesagt. Hab ich. Nee, ganz sicher nicht. Alter. Dick Knight. Oh, cool, aber ich dachte, ich bin echt. Warum nicht? Kein springen, weh machen, das OPs. Und meine Ulti, die auf der Distributiert. Ich habe noch eine Liste, die ich anfertigen kann. Was ist für eine Liste? Das ist eine Blacklist. Er hat eine Blacklist? Ja. Sogar mehrere. Jetzt hat er einen Lidspanel, obwohl Skelete noch beschissen sind. Lass mal mit holen, ja. Ja, kein Worte, aber ich habe keine Chance. Warte, den kriege ich. Boah, der Arrow kommt wieder OP. Guck, guck dir den Arrow an. Ah! Jetzt mal lieber mit dir gehauen. Wazur. Den holen. Das ist halt. Der Kuh hat den jetzt getroffen. Alter, noch ein bisschen mehr Slow. Holy shit. Wie hast du den bekommen? Alter, da ist der Tank. Da ist mein Klon, da ist mein Klon. Ja, ist der Ver- Ja, da kommt der. Ja, ich habe keine Mana. Oh, jetzt. Klon. Okay, ich habe einen K. Oh, du hast zwei. Nein. Da kommt ein Ulti. Ey, im Links ist einer. da ist einer. Weißt du halt, statt zu helfen? Rekord, ja. Eieiei. Ich hätte eh keinen Mana. Ich bringe nichts von den Mana. Warum hatten wir die schon wieder? Alter, mit der Gang-Klang-Ulti habe ich echt nicht gerechnet. Dann hab einfach Spaß. Yay, wir haben jetzt alle Spaß. Oh, Aurela ist auf Cut, äh, auf Ash, stimmt auch massig OP. Oh mein Gott. Kauf dir lieber mal, äh, Deathfiregrass oder Lit-Spain. Ach so, Deathfiregrass, weil es mir so viel bringt. Mit 200 AP. Ja, aber die hat erst eine Lit-Spain, aber dann sind wir jetzt ein bisschen Damage. Ja. Ich habe 9,4, ja? Du hast, was hast du? 2,4, Hä, wer macht da kein Damage? Kommst du her? Ach so. Alter. Egal, nimm den. Dann nehm ich ihn. Nimm den. Drake, Drake, ja. Oder sollen wir nehmen mit T-Tür? Okay, bitte. Als Gang-Bling könnte euch. KP, KP, GP, GP, GP. Oh ja. Lieber Cutter. Ist gesloten. Oh, will you change? Ja. Yeah. Okay, Caro muss da sein, wenn wir das nächste Mal fighten wollen. Ähm, ja, wäre nice. Nein, warum? Was tust du? Ich werde eh nicht entkommen und ich wollte ja noch killen. Nein, gar nicht. Du wirst so easy entkommen. Eigentlich nicht. Ist schon kacke, wenn man blind ist, ne? Hat der gesehen. Na, Maukei? Er ist so tanky, ne? Ja. Out hit du doch, Caro. Du bist ein AD Carry. ich weiß ja nicht, was sie tut, alter. Die spielt Support Soraka, nicht AD Soraka. Ja. Drake jetzt gleich? Ja, go, go. Und dann wieder ein Blue Clown. Ich glaube, die macht den ja. Hat der Wild ja, Blue ja. Na! Ich bitte den, Blue von denen. Ne, die ist Quatt. Okay. 20 Sekunden, kein Arrow. Wer will? Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn. Okay. Jetzt habe ich sechs Sekunden. K6, K6, K6. Naja, lass den, Scheint von hinten, dann geht die von vorne. Machen wir doch. Er jumpt rüber. Okay, weg, weg, weg. Vorsicht. GP kommt runter. Ich muss kurz B, meinen Realize kaufen. Oder, ne, ich warte noch, bis ich meinen Ledgeman kaufen kann. Sonst heute, kleine Filia rum. Ja. kann ich doch so gut. Ja, hast recht. Du bist tot. Der Klon ist so geil. Hihi. Du bist tot. Oh, fuck. Warum geht der Scheiß Klonis? Hat er ja auch so krass das Lohn? Nötet gar nichts um. Nein, überhaupt nicht. Na komm. Dreh. Drecks GP. Ja, hielt gar nicht viel. Hat über 800 HP gehielt. Sein W. Ach nee, ist auch so, das sind die Ultis. Nein, drei, halt die Fresse, du kleiner Wichser, wie ich sowas hasse. da ja. 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 Ja, ich glaub, die killen jetzt. Ich hab Sorker da oben. Na, war ja klar. Ich bot mal rein. Du bist zu nett. Leider zu spät. Oh, fick dich. Oh mein Gott, beide so lucky. Ja, more heal, please. Können wir auf ihn drauf gehen? Oh, fuck. Auf die Kater! Loi, wenig Schaden sind nun und... Ach ja, ich hab den ganzen Hextracker runtergehauen. Wollen wir pushen? Oh, nee. Ja, genau. Immer okay. So tanky. Ja, ich glaub, ich geh weg. Wo war ich mit Litch-Pain? Das kostet so viel. Stimmt, aber echt, Litch-Pain kostet richtig viel. Okay. 34, 54, kommt Drake wieder. Okay. Okay. V-Ging 4 ist einfach dumm. Gibt's schon einen Grund, warum die Karten nur für 5 und 5 ausgelegt sind? Da hat er da gerecht. Will er eigentlich jemand Ratter, oder kann ich haben? Und dann du. Okay. Oh. Der wurde gesteht. Unten ist Cutter. Ich bin Red Base. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also einen fokussen können wir gut. Ich hab leider zu viel Crew noch auf dem 3x Arrow. Das ist halt übel schwer den scheiß Klon zu treffen. Oh, endlich gerade einer? Ah, Kavix. Ah okay, Splitpush bot lane, Karo geht schon. Okay, Gangplank auch. Wir können den Tower locker holen, der ist allein und der Tower ist schon fast down. Ja, die wollen halt troppdauern. Ja, Maul-Tamage-Fleece, Alter. 150 pro Kugel. Ich block Karo, ist einfach weg irgendwie. Ja, ich glaube, wir würden den Push-Kampf gewinnen. Aber nur wenn wir halt weiterfighten würden. Doch so wenig Schaden. Ja, lass nochmal weggehen. Dein Team hat einen Inhibitor verletzt. Dein Turret wurde verletzt. Nein, die dürfen unser Indie nicht kriegen. Ich weiß. Das ist ein K6 da oben. Ja, der hat plötzlich auszurechnen. Ja, der Indie steht noch. Der Gegner ist oder unser? Unser. Okay. Drake. Red. Jetzt mach ich schön Filter-Match mit einer Kuh. Geht die Kuh eigentlich auf On-Hit-Effekte? Welcher? Deine? Äh, ja, geht sie. Hab ich ja eben gesagt. Ich muss trotzdem nochmal testen. Okay, jetzt, nächstes kommt Glute-Duster. Alter, wie C der der Minion ist hier. Nein, ich reset ihn. Alter, der scheiß Zweck ist so stark. Ja, mit AP Wukong. Alter, das Ding hat mir die Hälfte an Leben gezogen. Der Drecks Red. Ja, der, du auch. Äh, der Tring. Caro, healen! Healen, Caro! Ah! Oh, fuck. Du bist tot. Das tust du auch, also wirklich. Renn, renne, 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 renne! Ja, das hast du zu spät gesagt. Wow. Warum fightest du eins gegen vier? Ich wollte nur Counter-Chain und dann waren alle da. Ja, warum... Warum... Ja, 37 Minuten. Ja, warum rennst du denn nicht? Warum rennst du denn nicht? Was hat Katschix eigentlich? The Chum? Hm. Die komischen Semienling. Der W macht viel Schaden. Das ist die W. Der W. Der weiß mehr. Und der Q macht halt mit dem Spät auch übel Schaden. Ich raff nicht, was du meinst. Das ist die Q, oder was? Ne, das war der W. Was ist die Q? Die Q ist so ein Auto-Attack, noch extra, aber der macht übel viel Schaden. Ah. Ich kenn die ganzen verkackten neuen Champs gar nicht. Ich muss das nicht fahren. Oh, meine W. Die Q macht so schifte Match. Wir auf K. Ah, fuck. Wenn Error hat noch 7 Sekunden 6. Go, go, go! Ja, ich bin in range. Oh, jetzt kommt mein OP-Klohn. Kill ihn! Ich kann dir nix machen, das ist ein GP. Was? Die GP kann er mittlerweile auch nix mehr. Adios, Rache. Komm, carry all. Alter. Leck mich, Kzix. Einfach nur, leck mich. Go, go, go! Pushen! 30 Sekunden sind sie noch tot. That's slow. Ah, der Steal-Try. 4 gegen 5 ist unlustig, Leute. Ja, das hat man gesehen. Ich wette, ich wette gleich kommt der... Ja gut, der Indy kommt doch nicht wieder. GG, okay. Ich konnte mich nicht mehr angreifen. Alter. Die sind so nervig gewesen. Huh.